In Wintergärten kann es sehr schnell zu heiß werden. So schön die Lichtdurchflutung auch ist, ohne den passenden Sonnenschutz kann der Aufenthalt darin sehr schnell zu Qual werden. Die Markilux 8800 ist die erste Wahl, wenn es darum geht, den klassischen Wohnwintergarten, ein Terrassendach oder eine Logia zu beschatten. Mit einer Fläche von bis zu 36 Quadratmetern bietet sie immer die optimale Größe. Doch auch wenn es einmal mehr sein darf, lässt sie sich wie hier problemlos als Kopplanlage einsetzen und bietet Ihnen somit immer perfekten Schatten. Schön ist übrigens nicht nur die Lichtstimmung, die die Markilux 8800 bringt. Die Markise selber ist schon ein Designerlebnis und wurde völlig zu Recht mit dem IF Design Award für hervorragendes Produktdesign ausgezeichnet. Das runde Kassettenprofil und die eckigen Führungsschienen sind harmonisch aufeinander abgestimmt und passen sich den Profilen des Wintergartens perfekt an. Aber es wäre keine Markilux, wenn sie einfach nur gut aussehen würde. Natürlich bietet auch die 8800 bis ins kleinste durchdachte Technik und perfekte Verarbeitung. Die ausgefeilte Technik mit Gasdruckfedern und die Möglichkeit einer seitlichen Führung und Fixierung des Tuches in den Schienen mit dem Reißverschlussprinzip Markilux Trackfix sorgen für eine optimale Tuchspannung. Für zusätzlichen Schutz vor tiefstehender Sonne, störendem Wind oder einfach nur neugierigen Blicken schützt Sie die Vertikalmarkise Markilux 869. In Verbindung mit der Markilux 8800 die perfekte Lösung für Ihren Wintergarten. Die schönen Gestellfarben und die Möglichkeit aus über 250 Tuchdessings auszuwählen, geben Ihnen einen individuellen Gestaltungsspielraum. Jede Wintergartenmarkise Markilux 8800 ist eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Einzelanfertigung. Fangen Sie die Hitze ab, bevor sie in den Wintergarten kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017